Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Wir schauen nochmal rein Leute. XRP heute bei so 55 Cent, also wieder ein bisschen hoch von dem ganz ganz krassen Tief hier. Also das war bei unter 50 Cent, crazy auf jeden Fall, aber trotzdem noch 5% down, ist natürlich alles sehr rot hier. Genau wie der ganze Markt generell noch, UMA 13% down und Bitcoin ist bei 33.000. Es war aber glaube ich sogar schon mal unter 30.000, also unter 31.000 um genau zu sein. Und ich glaube wir hatten ja letztens nochmal hier Theorie besprochen, 26.000 hatte glaube ich der Mr. Whale da gesagt. Halte ich nicht für unrealistisch tatsächlich, weil ja who knows was noch kommt und wer da noch einkauft insgesamt. Aber wer weiß schon was passiert, deswegen bleiben wir mal gespannt. Bevor wir in das Video rein starten Leute, bitte vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ist für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube, von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute ist einmal der vielen Greed Index. Ich weiß heute, ihr seid ihnen leid, aber er ist sogar noch einmal weiter runter gegangen und zwar auf 10. Das geht eigentlich fast gar nicht viel mehr. Angst die man haben kann. Ja, was soll man dazu sagen? Die Leute haben gerade wirklich Panik. Und ja, wenn man da Interesse hat natürlich, kann man sich das natürlich, oder dem natürlich zunutze machen. Das ist ganz klar. Jetzt kommen wir aber mal zu richtigen News hier. Das erste ist vielleicht von Stefan Huber. Und er sagt hier, okay, ich habe gefunden, warum wir gerade so viel droppen. SBI hat den ersten XRP Payment Channel angekündigt für Cross-Border Payments mit Afrika. Da haben wir hier einmal die ganze Seite, SBI Holdings, da sind wir öfter drauf, leider wie gesagt in diesem Google Übersetzerdeutsch oder Englisch meistens hier. Und hier in Bezug auf SBI Motor Japan haben wir auch gestern drin gehabt, mit diesem Gebrauchtwagen kaufen für Bitcoin und XRP, was jetzt möglich ist da. Und das Ganze ist eben so, dass da ein XRP Payment Support Channel, sage ich mal, existiert. Und das ist natürlich für Cross-Border Payments in der ganzen Region da. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Generell muss man sagen, dass sich das eigentlich ziemlich unter dem Radar bewegt hat, wenn man so möchte. Also ich habe tatsächlich jetzt noch nicht so viel dazu gesehen. Gut, man muss sagen, kam erst jetzt gestern die News raus. Aber tatsächlich ist das schon ein sehr großes Ding eigentlich. Und da werden natürlich jetzt viele Nutzer mit eingefangen und haben da Access jetzt zu diesem System. Und das ist natürlich nie eine verkehrte Sache. Von daher da auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir DJ Peter Vass mit einem neuen Update zum XRP Lawsuit von James K. Fillon. Das schauen wir uns natürlich einmal an. James K. Fillon gibt neuestes Update zur XRP-Klage, Ripple Defendants, SEC Scheduling Order und so weiter. Laut den neuesten Updates von James K. Fillon, wir kennen ihn, ist die Antwort der Angeklagten von Ripple auf eine Behauptung der SEC, dass die Hinman-Dokumente durch das Anwaltsgeheimnis geschützt seien, für Freitag den 13. Mai geplant. Unterdessen ist die Antwort der SEC geplant, Antwort an die Angeklagten wird am 18. Mai erwartet. Das ist gerade die Timeline hier. Das heißt also, am 13. Mai werden wir die Antwort bekommen von Ripple, was die quasi dazu sagen, dass es sich dabei angeblich um das Anwaltsgeheimnis handeln soll bei Hinman. Halte ich auf jeden Fall natürlich für unrealistisch, dass da wirklich ein Punkt bei rauskommt. Also ich denke mal, dass Ripple das kurz und knapp irgendwie widerlegen kann in ein, zwei Punkten. Ähnlich wie Jeremy Hogan das getan hat, wo er auch gesagt hat, diese drei, vier Fakten müssen zutreffen, damit man überhaupt da erstmal von Anwaltsgeheimnis spricht. Es muss im Privaten sein, es muss mit einem Anwalt sein und es muss eine Konversation über ein Thema sein, was auch mit, ich sag mal, rechtlichem Guidance und so weiter zu tun hat. Wenn ich jetzt sage, ey, ich hab mir heute einen neuen Hund gekauft, das fällt offensichtlich nicht unter das Anwaltsgeheimnis, auch wenn der Typ vielleicht Anwalt ist, ganz klar. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache und ich denke mal, dass die SEC da keinen wirklichen Punkt haben wird. Dann eine ganz spannende Sache, also ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Und zwar haben wir hier Fred Rispoli und da gibt es einmal um die Webseite xlplawsuit.com. Und da soll man sich angeblich anmelden, oder was heißt angeblich, da soll man sich anmelden, wenn man auch gegen die SEC vorgehen möchte. Und zwar auch offiziell gegen Jake Clayton und William Hinman. Und ja, hier, wenn man xlm, ADA, Polkadot oder Algorand hält, dann soll man da hinschreiben. Oder wenn man halt Zombird möchte, weil man die irgendwie auf dem Exchange nicht bekommen hat, I don't know, dann soll man da auch DM oder E-Mailen. Ja, das ist auf jeden Fall dann hier so eine Webseite, die sieht erstmal so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, sehr, sehr schlicht aus. Also ganz ehrlich, ich finde das ist ein, also keine professionelle Aufmachung insgesamt. So was hier, get on the path to results today. Ich weiß nicht, ich finde das einfach irgendwie nicht passend, so insgesamt. Auch hier, das wirkt auch immer Sass, ne, wenn man so diese Leute über so eine Kontaktform hier erreichen kann. Class Member Interest Sign-Up Page about the claim. Also da geht es dann darum, ja, dass man da auch dann irgendwie mitklagen soll. Ich denke mal, dass das nur geht, wenn man auch in Amerika ist, ne. Ich denke mal nicht, dass ich mich hier jetzt eintragen könnte. Aber zusätzlich muss ich sagen, weiß ich noch nicht, ob ich das Ganze so gut finden soll. Erstmal wirkt es sehr, sehr komisch, ne. Also jetzt irgendwie nicht professionell. Klar, muss es auch nicht professionell wirken, aber dafür, dass man hier sowas hat wie dieses get on the path to results today, ne, also geht auf den Pfad der Resultate, ne, und den Pfad des Erfolges sozusagen. Ja, es wirkt alles irgendwie ein bisschen shady. Ich würde da auf keinen Fall so meine privaten Daten eintragen. Also ich jetzt persönlich. Natürlich könnt ihr tun lassen, was ihr wollt. Aber ja, da ich mal denke, dass der Großteil hier eh nicht aus Amerika kommt oder zumindest nicht die Möglichkeit hat, jetzt aktuell in Amerika zu klagen, ist das eh obsolet. Aber da muss man eben sagen, passt auf, jetzt nicht nur explizit hier, aber generell vor halt Leuten, die XRP und den Ledger und so weiter halt nehmen, um irgendwie was anderes zu machen oder sowas, ne. Um da irgendwie dann so eine Webseite aufzusetzen oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall ein bisschen shady hier. Und wenn es nicht anders bewiesen wird, dann bin ich erstmal sehr misstrauisch gegenüber so etwas hier. Dann haben wir den Crypto Whale. Und da haben wir hier einmal 18.650 Bitcoin. Das ist ein Gesamtwert von 585 Millionen wurden transferiert zu Binance. Und da sagt er hier, die Whale werden im Short Term noch deutlich mehr dumpen. Das ist natürlich schon eine krasse Ansage, ne. Ich sag mal, 18.000, sagen wir mal ungefähr knapp 19.000 Bitcoin ist mit Sicherheit keine kleine Summe. Ja, wie gestern dieses Problem, ne, mit dem ich kann halt nicht einschätzen, ab wie viel Bitcoin das irgendwie einen Einfluss hat, wenn ich die auf Mahl verkaufe. Aber ich würde spontan schätzen, 19.000 Bitcoin sind ein Ding. Dass man da anscheinend schon doch viel Wert dann, sag ich mal, mit wegnehmen kann oder cutten kann. Und ja, das haben wir hier einmal. Glassnode. Das Ganze ist extrem nach oben geschossen, ne. Also die Balance on Exchanges. Und typischerweise geht man ja eher auf die Exchanges, wenn man dann auch wirklich verkaufen will. Was natürlich da in dem Moment dann eher ein bearisches Signal ist, so. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das hier dann weitergeht. Dann haben wir noch den Crypto Whale. Micro Strategies ist jetzt mit Bitcoin 43 Millionen Dollar im Loss. Insgesamt over all Investments, weil man natürlich sehen muss, die haben mit Sicherheit oben viel gekauft. Aber dann vielleicht nochmal ein bisschen Dollar Cost Average betrieben. Aber insgesamt sind sie anscheinend sehr, sehr down. Und deswegen bin ich natürlich gespannt, was da deren Strategie sein wird. Ob die jetzt nochmal bei diesem Preis einkaufen oder wo die da denken, dass es da sinnvoll sein könnte, nochmal Dollar Cost Average zu betreiben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Passend dazu wird auch der Tether Printer wieder angeschmissen. Hier von Whale Alert haben wir eine Milliarde USDT, die da gemintet werden. Das heißt, da ist man auf jeden Fall wieder bereit, das Ganze zu inflationieren, denke ich mal. Und passend dazu hat gestern auch der Tera UST Stablecoin tatsächlich sehr viel von seinem Pack verloren. Also von seiner Deckung, sage ich mal, im Vergleich zum US-Dollar. Das heißt, leider waren wir teilweise bei 70 Cent pro 1 Dollar. Also eigentlich absolutes Unding, sage ich mal undenkbar hier in der Form. Das heißt also, wir haben hier einen starken, ganz, ganz starken Abfall. Und ja, in dem Moment, wo ein Stablecoin in einer, in Anführungsstrichen, Krisensituation, je nachdem wie man das jetzt sehen möchte, wie schlimm dieser Crash jetzt ist. Aber trotzdem ist es ja eine Ausnahmesituation, sage ich mal. Und da verliert er trotzdem 30% an Wert. Das ist ein absolutes No-Go. Und unabhängig davon, wo er jetzt ist, aber trotzdem muss ein Stablecoin immer da nutzbar sein, so wie man sich das vorstellt. Das heißt nämlich, dass da eben möglichst wenig an Wert verloren wird. Und klar gibt es da mal solche Ausschreitungen. Und ich glaube, niemand wäre böse gewesen, wenn das hier wie hier oben gewesen wäre. Ich habe das auch mal gesehen. Da ging es dann irgendwie von 1 Dollar runter auf 98 Cent oder so Deckung. Klar, muss man sagen, ist nicht schön, ist nicht optimal. Aber da hätte man locker sagen können, ey, ist kein Ding. Da gibt es natürlich Schwankungen drin, auch wenn es wie hier eigentlich sehr, sehr stabil über die gesamte Zeit ist. Aber einfach hier so eine Candle auf einem normalen Stablecoin zu sehen, der dann auf einmal 70 Cent nur wert ist. Da kann ich nur sagen, zum Glück habe ich da keins von gehalten oder habe da keine von. Weil sonst hätte ich mich echt geärgert. Es gab andere Stablecoins, die haben deutlich besser performt. Und ja, deswegen werde ich jetzt auch in Zukunft keinen Sinn da sehen, das jetzt in UST zu packen. Auch wenn ich immer dachte, dass es tatsächlich ein sehr, sehr guter Coin ist. Aber dieses Backing anscheinend mit Bitcoin, diesem Buyback-Algorithmus und so weiter, hat dann anscheinend in einer Ausnahmesituation doch nicht so schön funktioniert, wie man sich das eigentlich immer gerne vorgestellt hätte. Dann geht es weiter mit Straight Up XRP. Und da haben wir hier von Binance auch einmal ein temporäres Withdrawal von Luna, also dem Coin, der ja da, ich sage mal, mit involviert ist. Oder das ist ja der gleiche Hersteller, sage ich mal so. Und ja, da konnte man dann Luna leider nicht vom Netzwerk ziehen. Ist natürlich erstmal schade. Und hier gab es da sehr hohes Volumen in den Withdrawals und deswegen gibt es da Verstopfung und alles. Natürlich sehr, sehr typisch. Klar muss man sagen, ist das mit Sicherheit jetzt nicht böswillig von Binance. Das denke ich doch nicht, weil es da aus meiner Sicht keinen Sinn drin gibt. Aber trotzdem natürlich, da will man seine Coins irgendwie verschieben, was auch immer. Und dann sagt halt das Binance Exchange hier, nein. Genau wie andere Exchanges da auch nein sagen können. Deswegen bitte, bitte, bitte niemals auf den Exchanges lassen. Ihr habt dann tatsächlich immer nicht die ganze Kontrolle, die man gerne hätte darüber, sondern immer nur einen Teil, immer nur eine Art Wertschein oder Wertpapier oder Schuldschein, sagen wir es lieber so. Und das Ganze ist einfach nicht so effizient, wie es sein könnte. Dann haben wir Black Org Crypto und der sagt nochmal das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, dass man XRP nicht auf einem Exchange halten sollte. Man wird es sein Leben lang bereuen, wie er hier sagt. Ist natürlich ein bisschen dramatisch, aber trotzdem kann man sagen, es wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht ein großer Fehler, das zu tun. Gerade wenn es halt eben hoch geht oder da jemand anderes Profit halt wittert. Und er sagt dann hier, bitte kauft euch eine Cold Store Wallet, bevor es zu spät ist. Und klar, es ist ein bisschen alles dramatisch hier dargestellt. Dann haben wir Najib Bukele, den kennen wir auch aus El Salvador. Und er hat hier den Dip extrem gekauft. Also er hat genau bei 30.700 da gekauft. Ist auf jeden Fall cool. Er kauft weiter den Dip, sag ich mal. Und wird sich natürlich auch niemals eingestehen, selbst wenn es der falsche Schritt war, dass er den falschen Schritt gegangen hat. Dann ist es jetzt wieder ein bisschen hochgegangen und er sagt jetzt hier, ja, ich könnte jetzt irgendwie eine Million Dollar auscashen. Aber ich mache es nicht. So in der Richtung. Wirkt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ich meine, als Präsident, als El Salvador insgesamt, sollte man natürlich jetzt über eine Million, klar kann man sich über eine Million freuen, gar keine Frage. Aber ja, ich sage mal, da hat man natürlich auch sehr viel verloren. Und jetzt eine Million, so ja, ist halt jetzt nicht so viel im Vergleich zu dem Loss, den man vorher die ganze Zeit eingefahren hat. Und das Ganze rechnet der CryptoWale hier auch einmal schön aus, ne, vom Najib Tracker. Hier, Schauter zu dem Dude. Und mit den neuesten Käufen ist er bei einem Gesamtminus von ungefähr 30 Millionen Dollar. Ist natürlich schade erstmal, aber tatsächlich wurden dann natürlich bei Preisen eingekauft, wo man einfach sagt, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, sage ich mal so. So, parallel dazu hat er auch seine Vorstellung von der Bitcoin City hier einmal dargestellt. Und zwar hier einmal, das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Und die Leute auf Twitter erinnert das auf jeden Fall hier an so eine Pizza. Kann man nachvollziehen, den Vergleich. Dann haben wir eine schöne Grafik von CryptoEri. Hier geht es einmal um SBI und auch XRP, ne, IDOM, SBI Africa, FMG. Ist natürlich hier eine ganz klare Verbindung. Oder so ist dann dieser Wertetransfer im Endeffekt. Und hier die Verbindung Payment System Using XRP. SBI Africa, SBI VC Trade hatten wir auch, glaube ich, vor zwei Tagen im Video. SBI Motor Japan, war ja jetzt dann auch neu dazu gekommen. Und hier dann der Local User oder der lokale Händler im Endeffekt. SBI Motor Japan, kann man hier noch einmal sehen. Dann gibt es auch Neues von den Riddlern. Einmal hier von Mr. Pool, KOSTI. Null Views. Dann möchte Barbecax nochmal auf dieses Ding hier aufmerksam machen. Von XRP, die Standard Production. Und David Schwartz, wo er sagt, wir haben herausgefunden, dass das Geld nie wirklich existiert hat. Dann haben wir noch ein Update zu Gary Genslers Stieren. Hier Orange Tree for Sale. Und am Ende natürlich wie immer ein Fun Tweet. Und zwar hier Level of Holder Conviction. Einmal hier, ich bin so smart, wenn man es hoch geht. Und dann so, es geht runter. Aha, nee, verkaufen. Dann hier Level 2, immer ruhig bleiben. So, oh, ich kaufe mehr. Und dann Level 3 Holder ist, ein Bitcoin ist immer gleich ein Bitcoin. Da wird sich auch nichts dran ändern. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.